Mitte Mai ist durch, Hauptpflanzzeit. Auf jeden Fall kommen heute die Tomaten ins Beet. Kohlsorten habe ich mitgebracht, die kommen hinter mir noch ins Beet. Das habe ich gerade heute Morgen noch hergerichtet. Ein bisschen Sellerie habe ich noch dabei und Fenchel und all das kommt heute in die Erde. Schwenken wir nochmal eben zu den Tomaten. Warum die jetzt was bei mir reinkommen, erzähle ich euch gleich. Also, viel Spaß. In diesem Sinne, herzlich willkommen bei Holznaturen Garten. Wir sind schon über den 20. Mai hinaus. Die Eisheiligen sind lange vorbei. Aber ich bin etwas spät dran, muss man fast denken. Aber bei uns hier in Rheinhessen waren es zwar den Tag über immer relativ angenehme Temperaturen. Aber auch nach dem 15. bis hin zum 18. bis 19. hatten wir immerhin noch ganz knackige Nachttemperaturen, die teilweise um die 4 Grad auf dem freien Feld hinausgingen. Und da ich hier direkt am Feldrand den Garten belege und bewirtschafte, muss ich mich ein bisschen nach diesen Zahlen richten. Und das war mir einfach zu gefährlich. Auch wenn ich hier einen Tomatendach drüber habe, wenn hier einmal der kalte Wind durchzieht über einen längeren Zeitraum. Das wird zwar über den Tag immer wieder warm und es sind wahrscheinlich nur wenige Stunden, die es richtig kalt sind. Aber auch wenn so eine Pflanze mal so einen kleinen Hau wegbekommt, dann braucht sie wieder ein paar Wochen, um sich zu regenerieren und richtig wieder durchzustarten und ordentlich zu wachsen. Daher habe ich einfach noch ein bisschen gewartet. Das hat mir nicht wehgetan, das hat den Pflanzen nicht wehgetan. Die standen geschützt bei mir und den Tag über immer draußen. Und jetzt kommen sie hier unter das Dach und können richtig loslegen. Wenn du hier an dieser Stelle neu dazugekommen bist, dann zeige ich nochmal ganz kurz, wie ich das hier bei mir handhabe. Wie gesagt, ich habe mir hier vor einiger Zeit ein Tomatendach gebaut. Wie ich das gemacht habe, da gibt es ein Video zu. Da setze ich gerne mal einen Link hier oben rein oder schiebe es in die Videobeschreibung rein. Viele Tomaten brauchen schlichtweg einen Regenschutz. Die mögen es überhaupt nicht, wenn sie nass werden von oben bei Dauerregen. Und dieses Frühjahr könnte wieder so eins der Frühjahre werden, wo es ein bisschen häufiger feucht wird als gerade speziell im letzten Jahr. Letztes Jahr hätte ich mir das Dach beinahe sparen können. Aber man will ja vor allem gefeit sein und entsprechend gerüstet. Und von daher glaube ich, dass dieses Jahr so ein Dach relativ gut angebracht ist und auch seinen Nutzen erfüllen wird. Selbstverständlich habe ich auch wieder ein paar Freilandsorten dabei. Die Sorte Hellfrucht und Martina, die vertragen auch gut das Freiland. Also sprich unter freiem Himmel, sage ich jetzt mal. Das ist ja auch Freiland. Ich kultiviere ja nicht im Gewächshaus. Von daher ist ja hier nur ein Regenschutz. Ansonsten Wind, dem Wind sind sie ausgesetzt. Und alle Tomaten, die ich so ohne jeglichen Schutz ins Beet reinsetze, ja, das sind dann quasi die robusten, harten Sorten, die auch ein bisschen was wegstecken können. Nichtsdestotrotz kann auch so eine Tomate irgendwann mal von der braunen Krautfäule befallen werden. Und dann, ja, war es das halt leider Gottes. Aber ich versuche es auf jeden Fall wieder. Und bei mir kommen auch wieder zwischen die Kohlsorten ein paar Tomaten und so weiter und so fort. Aber, wie gesagt, wenn du an der Stelle neu dazugekommen bist, dann zeige ich dir mal ganz kurz, wie ich das mache. Denn Videos dazu gibt es schon genug. Ich habe selbst auch schon ein Tomatenpflanzvideo mit der Pflanzlochvorbereitung gemacht. Deshalb jetzt mal ganz kurz im Abriss. Ich habe hier Pflanzlöcher ausgegraben. Die habe ich ordentlich spatentief ausgehoben. Dann kommt da rein in das bisschen lockere Erde, was da noch drin liegt, eine Mischung aus Hornspänen, Urgesteinsmehl. Und manchmal, wenn ich noch ein bisschen Restbiodünger übrig habe, kommt da auch noch ein bisschen Biodünger mit rein direkt. Überwiegend Stickstofflieferanten für die Langzeitdüngung. Man kann da Schafvolle verwenden. Man kann da auch Brennnesselblätter unten reinpacken. Alles, was Langzeitstickstoff liefert und mit der Zeit umgesetzt wird, das ist gut, wenn du das unten mit in den Wurzelballen, unter den Wurzelballen der Tomate packst, damit sich da so nach und nach Stickstoff und Nährstoffe rausholen kann, die da umgesetzt werden. Und dann wird das Ganze mit entsprechend frischem Kompost, den ich hier habe, wieder gemischt mit der Erde, die drin war. Und die Tomate kommt rein. Ich werde die unteren Blätter entfernen. Das zeige ich jetzt aber gleich nochmal. Und dann wird sie angebunden. Also, legen wir los, würde ich sagen. Ja, das merkt man jetzt gleich. Die hängen jetzt ein bisschen da. Sind eigentlich heute Morgen frisch gegossen. Aber der Wind, der hier geht, der trocknet die Pflanzen doch schon ganz gut aus. Also eigentlich stehen sie ein kleines bisschen besser. Sind relativ lang geworden. Das muss ich zugeben. Aber das hängt bei mir damit zusammen, dass ich die jetzt, während ich die auf der Terrasse stehen hatte, beziehungsweise jetzt abgehärtet habe und so weiter, dass ich die in den Boxen hatte. Und wenn dann die Tomaten alle nebeneinander nach oben da drin stehen, dann nehmen sie sich gegenseitig das Licht weg. Und dann werden die halt ein kleines bisschen länger. Ist jetzt aber nicht schlimm, denn ich nehme die jetzt hier raus. So. Dann kann man eigentlich gleich sehen, dass die wunderbar durchwurzelt ist. Das Schildchen lege ich mir nebenhin, das brauchen wir noch. Und dann werde ich mir hier die unteren Blätter einfach abstreifen. Die fallen direkt mit ins Loch. Die sind wieder neue Stickstoff- und Düngerlieferanten. Die Tomaten mag ihre eigenen Blätter, wenn man sie verdünkt. Und dann setze ich die einfach entsprechend tiefer in das Loch hinein. So. Da kommt jetzt noch eine Portion Kompass mit dazu. Und wieder Erde. Das Ganze ein bisschen andrücken. Ich forme mir hier immer einen kleinen Gießrand, den ich dann vollschütte mit Wasser. Gerade am Anfang ist das besonders wichtig, dass man richtig ordentlich Wasser an die Tomate dran gibt, dass der gesamte Wurzelbereich einmal so richtig schön durchfeuchtet wird und dann kann die erstmal wachsen. So, Schild kommt wieder rein. Das werde ich mir später auf jeden Fall an die Schnur hängen. Ich binde meine Tomaten nicht klassisch an Stäbe an, sondern benutze dafür, wie einige von euch, solche Tomatenhaken. So, da kommt, der kommt bei mir hier unten in die Erde. Ich lege die Schnur nicht direkt mit in die Erde rein. Das hält bei mir ein bisschen länger. Also es wäre auch nicht schlimm, wenn man die jetzt in die Erde mit reinsteckt oder um den Wurzelballen wickelt oder so. Ich habe mir hier kleine Stecker aus Restrad gebaut. Die stecke ich einfach hier rein. Und dann wird die Tomate entsprechend daran befestigt und aufgeleitet. Und weiter geht es zum nächsten Loch. So werde ich das jetzt erstmal fortführen für alle Pflanzlöcher auf der Seite. Ich habe jetzt hier am Tomatenhaus fünf und sechs Pflanzen vorgesehen. Ein bisschen versetzt in die Lücken kann man beispielsweise noch Buschbohnen pflanzen oder irgendwas, was hier wächst. Das wird auf jeden Fall später noch abgemulcht. Ich habe hier schon eine ganze Menge Grasschnitt liegen, der dann hier noch um die Tomatenpflanzen ausgebracht, damit der Boden schlichtweg nicht so arg austrocknet. Wenn es jetzt wirklich richtig warm wird, das reguliert dann hoffentlich ein bisschen besser den Feuchtigkeitshaushalt in der Erde. Wenn die jetzt hier gepflanzt sind, dann werde ich die ersten, sagen wir mal, zwei, drei Wochen erstmal gar nicht viel machen. Ich werde das beobachten, dass es auf keinen Fall austrocknet. Wenn die dann mal schlapp hängen, dann muss ich vielleicht mal reagieren, da irgendwas nicht so gut funktioniert. Aber eigentlich sollte noch genug Wasser im Boden drin sein. Und dann kann auch schon nachgedüngt werden. Dann brauchen Sie Ihre Düngerschübe gerade am Anfang. Ich nehme dafür in der Regel Brennnesseljaure. Die habe ich mir schon angesetzt. Das ist auch schon beinahe gut. Da können schon die ersten Kulturen mit versorgt werden. Aber auch dazu gibt es schon ein Video. Von daher will ich da jetzt nicht allzu sehr in die Tiefe gehen. Wichtig wäre noch zu erwähnen, wenn ich das jetzt hier alles abmulche. Das hat noch einen weiteren Vorteil. Denn wenn ich mir mal hier eine Kraut- und Braunfäule reingeholt habe und hier sind unter Umständen Sporen im Boden drin, die jetzt im Sommer bei trockenem Boden so richtig schön aufgewirbelt werden können und die Pflanze befallen, dann kann ich das natürlich mit einer ordentlichen Mulchschicht auch noch ein kleines bisschen unterdrücken, dass diese Sporen ein bisschen gehemmt werden. Ich bin nicht davor gefeit, dass es trotzdem passiert, aber ich hatte all die Jahre eigentlich relativ viel Glück und konnte befallene Stellen immer relativ schnell identifizieren und rausschneiden. Und von daher habe ich da jetzt mal keine Bedenken. Das hat bis jetzt eigentlich immer relativ gut funktioniert. In dem speziellen Fall liegt das Blatt hier auf jeden Fall dauerhaft auf dem Boden, ist ständig mit dem Boden in Kontakt, deswegen werde ich das hier auf jeden Fall auch noch ausbrechen. Das macht der Pflanze nichts. Die hat jetzt hier oben schon ein paar ordentliche und wird jetzt auch die Woche über ganz schön Gas geben. So, jetzt können wir das Ganze gerade mal noch ein bisschen wieder verteilen hier, was hier liegen geblieben ist, ein bisschen eine ebnen. Und dann können wir auch gleich noch ein bisschen was von dem Rasenschnitt, den ich hier ausgelegt habe zum Vortrocknen, mit auf die Erde bringen, um das vorzeitige Austrocknen ein kleines bisschen zu reduzieren. So, das sieht auch so schon mal ganz akzeptabel aus, würde ich sagen. Und wenn du jetzt tatsächlich neu auf dem Gebiet bist und siehst jetzt solche Videos zum ersten Mal, fragst du dich vielleicht, warum habe ich hier überhaupt Schnüre genommen, statt ganz normalen Tomatenstäben. Die sind auch am Ende viel stabiler und ich kann sie auch immer wieder verwenden und so weiter, wenn ich da richtige Tomatenstäbe verwende. Ich habe mich an der Stelle für Schnüre entschieden. Die werden hier oben in der Querverspannung unterm Tomatendach eingehakt, weil ich dann einfach ein bisschen flexibler bin. Verschiedene Tomatensorten ziehe ich zwei oder auch drei triebig hoch und da kann ich die einzelnen Triebe dann separat anbinden und kann die an verschiedenen Stellen je nach Wuchs auch entsprechend hier unterm Tomatendach positionieren, damit immer genügend Platz zwischen den Pflanzen ist. Also ich kann jetzt auch zum Beispiel die, die ich jetzt einfach erst mal hoch wachsen lasse, damit sie einfach jetzt erst mal gerade wachsen und den ersten Schub kriegen, die werden dann eine Reihe weiter nach außen gehängt, sodass das Ganze dann innerhalb des Tomatenhauses ein bisschen trapezförmig nach oben zusammen geht. Man läuft dann quasi wie so durch so einen Tomatengang und dann haben die oben genug Platz, kriegen Luft und können entsprechend abtrocknen, damit sich da keine Feuchtigkeit auf den Blättern hält. Das ist so eigentlich der große Grund. Im Gewächshaus geht man natürlich her und kann die Tomaten später, wenn sie lang wachsen und man will noch mehr Ernte einfahren und die Tomate hat noch Möglichkeit, Blüten zu treiben und Früchte auszubilden, dann kann man die entsprechend ablassen, sodass die nackten Stängel auf dem Boden liegen, kann ein bisschen mehr Schnur nachgeben und somit kann man auch die obersten Blüten immer noch zur Fruchtreife bringen. Das spielt jetzt hier keine so eine große Rolle, obwohl ich das bei den Sorten Black Cherry mit Sicherheit auf jeden Fall praktiziere, denn die tragen so reichlich bis in den späten Herbst rein, bis es anfängt zu kalt zu werden und so lange, wie es die Pflanze aushält, werde ich auch Früchte ernten. Und dazu muss ich ab und zu auch mal die Schnüre etwas abhängen, umhängen und auch ein bisschen ablassen. So, das Marionettentheater ist aufgebaut. Die Schnüre hängen alle, die Tomaten sitzen alle. Es ist gemulcht. Das ist jetzt alles, wie gesagt, der letzte Mulch von der letzten Mat, von der letzten Rasenschnittmat hier oder Wiesenmat. Da solltet ihr ein bisschen drauf achten, wenn ihr sowas verwendet, dass ihr nicht zu dick aufmulcht, denn wenn das Material unten drunter nicht richtig abtrocknen kann, gerade bei Rasen, dann neigt der sehr zum Zusammenpappen und dann gibt es unten drunter so eine faulige, schlammige Schicht, die wären nicht so toll. Also zwischendurch einfach mal kurz durchhaken, dass es ein bisschen trocknet und seinen Zweck erfüllt und gegebenenfalls immer wieder neu auftragen und dann funktioniert das schon. Eine Kleinigkeit vielleicht noch zur Vorbereitung. Da gab es im Frühjahr mal ein Video, da habe ich hier schwer drin zu tun gehabt, weil ich im letzten Herbst oder aus dem letzten Herbst über den Winter hinaus nicht richtig gewässert habe hier unterm Dach. Hier kommt ja kein Regen hin. Das ist ja der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Aber ich habe zum einen nur minimal gemulcht und zum anderen wirklich vergessen, mal nachzuwässern zwischendurch. Und da ist hier ein ziemlich harter Boden bei rausgekommen. Ich habe das jetzt über das Frühjahr mit der Broadfork richtig doll durchgelockert, tiefengelockert und da einen richtig tollen Terra Preta-Kompost eingebracht, den ich mir hier selbst angelegt habe. Also da baue ich jetzt doch große Stücke drauf, dass es in dieser Saison einen ganz tollen, nahrhaften Boden hier für die Tomaten gibt. Und spätestens im Sommer seid ihr natürlich live dabei, wenn es dann die ersten Früchte gibt und absehbar ist, ob die Pflanzen gut wachsen oder eben nicht. Aber bis jetzt hat es immer funktioniert. Direkt hier neben dem Tomatenhaus gedeihen ja wirklich ganz toll die Erdbeeren und vor allen Dingen der Knoblauch, der macht mir dieses Jahr besonders viel Spaß. Das hat richtig kräftige Pflanzen gegeben. Da freue ich mich echt auf die Ernte. So, jetzt geht es aber weiter mit dem Kohl. Ja, hier habe ich heute Morgen noch die Fläche fertig gemacht. Ich habe es ein bisschen durchgehakt, richtig. Also die groben Schollen klein gehackt und dann nochmal mit dem Rechen alles schön abgehakt, schön krümelig gemacht. Nochmal ordentlich Kompost und Pferdemistkompost vor allen Dingen rein, damit es einen richtig gehaltvollen Boden gibt. Hinter mir ein kleiner Faselia-Streifen. Das war alles quasi mit Faselia-Gründüngung oder als Faselia-Gründüngung vorgesehen im letzten Herbst. Ich habe es stehen gelassen und habe es jetzt im Frühjahr nicht übers Herz gebracht, das alles komplett wegzuräumen. Denn ich habe hier heute Morgen auf der Bank hier vorne bei uns eine kleine Pause gemacht und habe in den Streifen reingeschaut und habe gedacht, mein Gott, was da los ist, das bleibt jetzt einfach stehen. Die Bienen brauchen auch was, wenn wir unser Gemüse kriegen, sollen die Bienen und die Insekten, die sich da drüben wohlfühlen, auch ordentlich was abbekommen. Deswegen, die bleiben jetzt bis nach der Blüte stehen, bis sie absamen und dann kommen sie auch raus. So, hier in die Streifen kommt jetzt wieder Weißkohl, Rotkohl, ein bisschen Blumenkohl noch und vor allen Dingen Spitzkohl, sofern ich das alles noch hier unter bekomme. Zwischendrin als Mischkultur ein kleines bisschen Sellerie und damit legen wir jetzt direkt los, denn der Feierabend ruft und ich möchte so langsam hier auch mal zum Ende kommen, denn eigentlich hätte der Kohl auch schon längst reingemusst. Aber wie es so war, ich hatte einen riesengroßen Blattlausbefall in meiner Jungpflanzenanzucht und die Pflänzchen kümmern jetzt leider sehr stark. Sie sind doch sehr beeinträchtigt worden, wahrscheinlich in den hauptwasserführenden Kanälen durch die Blattläuse, kriegen jetzt nur winzig kleine Plättchen aktuell. Das war mir zu gefährlich, deswegen habe ich mir jetzt in der Fachgärtnerei noch mal Jungpflanzen nachgekauft. Die kommen jetzt auf jeden Fall hier in die Erde. Hier sollte man auch dran denken, wenn man jetzt hier ein kleines bisschen für Abwechslung sorgen will, sollte man tatsächlich nicht alle Kohlsorten auf einen Fleck setzen. Ich mache das jetzt hier, weil ich im Garten eine andere Planung habe. Ich riskiere das einfach, aber wenn sich eine Sorte beispielsweise eine Krankheit einhandelt, dann kann das gerade bei Kohlsorten auf die anderen Sorten überspringen. Deswegen sollte man auch nicht im Folgejahr wieder Kohlsorten an denselben Standort pflanzen, weil die sonst gefährdet sein könnten. Kann sein, dass der letzte der Schneckenfutter wird, direkt neben dem Grün. Abwarten. Im Anschluss füllen wir einfach mit Spitzkohl auf. Hier auch gerade, wenn ihr eure Kohlpflänzchen ausbringt oder welche gekauft habt, gerade darauf achten, dass der Wurzelballen, also der Presstopf, gerade so mit Erde bedeckt ist. Viel tiefer sollte die Kohlpflanze gar nicht gesetzt werden. Sonst kann es sein, dass die da irgendwann anfängt zu gammeln. Hier ist eine ganze Menge Kompost und Pferdemistkompost eingearbeitet. Also ich hoffe, dass die Kohlpflanzen hier richtig Schub kriegen. Die werden zwischendurch immer wieder mit Brennnesseljauche gedüngt und kriegen dann nochmal was er entsprechend brauchen. Das solltet ihr auf jeden Fall bedenken, dass die Kohlsorten, also gerade hier Weißkohl, Spitzkohl und Co. zu den Starkzehrern gehören. Und die brauchen einen richtig gut vorversorgten Boden und auch immer wieder Nachschub, dass ihr auch richtig ordentlich was am Kopf dran habt. Mitten rein verteile ich jetzt einfach noch meine Selleriepflanzen. Die bekommen jeweils mittendrin ihren Platz. Da dürfen die wachsen. Gerade weil mir an den Pflänzchen auch ein bisschen was liegt, habe ich mir hier vor längerer Zeit schon mal solche Schutzaufsätze aus Estrichmatten gebogen. Die Grundlage sind tatsächlich halbierte Estrichmatten über die zwei Meter. Mal ein Meter habe ich den einen Meter geteilt in einen halben Meter und habe mir die quasi einmal so trapezförmig gebogen, sodass ich hier immer wieder ansetzend schön die Pflanzen entsprechend schützen kann. Hier vorne, ich habe irgendwann festgestellt, dass die Vögelchen dann doch mal einen Kopf durchstecken bei dem kleinen Trapez, bei der kleinen Trapezform hier. Und habe dann einfach hier nochmal Hasendraht drüber gespannt. Ist eigentlich eine hervorragende Grundlage, egal für was. Auch wenn ich beispielsweise komplette Estrichmatten verwende, wie gesagt zwei Meter mal einen Meter, dann kann ich die auch noch entsprechend formen und entsprechend anpassen. Ich habe entweder meine kleinen Gitter oder ich gehe einfach her und stecke mir, egal wie das geartet ist, eine kleine Begrenzung hier rein. Kann dann dort die Estrichmatte gegenlegen und dann zum Bogen aufbauen und hier drüben wieder entsprechend fixieren. So, dann habe ich hier einen relativ einfachen Bogen, der sich auch wieder ganz leicht entfernen lässt. Ich kann hier sogar einen Insektenschutzvlies drüberlegen, ich kann hier einen Kälteschutzvlies drüberlegen. Das ist eigentlich völlig egal. Im Endeffekt baue ich alle meine Matten, die mir dann zur Verfügung stehen, beziehungsweise die ich hier installiert habe, wieder runter und kann so flach irgendwo an der Stelle, wo sie nicht stören, entsprechend lagern. Es geht natürlich auch mit Elektrorohren, wie man das häufig sieht, oder mit Armierungseisen, dass man sich Bögen baut. Mir geht es hier darum, dass einfach die Piepmätze ein bisschen daran gehindert werden, hier, sagen wir mal, das frische Grün direkt abzuernten, wenn es nicht schon die Schnecken tun. Und das finde ich für mich immer eine sehr, sehr gute Lösung. Sicherlich kein optisches Highlight, aber ich muss echt sagen, die Dinger fallen kaum auf, durch das sie so dünn sind. Großartig wegfliegen kann ja auch nichts, weil es ja ein Gitter ist. Und so sitzen sie eigentlich relativ fest. Ich werde es jetzt mal auf die Art ausprobieren. Ich habe es bis jetzt all die Jahre mit meinen trapezförmigen Aufsätzen hier gemacht. Von denen habe ich jetzt aber nicht so viele, aber dafür noch eine ganze Menge Matten. Und bevor ich die jetzt zerschneide, werde ich einfach mal ausprobieren, ob sich das hier bewährt. Denn es wäre von der Aufbewahrung her noch mal einiges einfacher oder leichter zu handeln, wie die einzelnen Trapezaufsätze hier. Wenn sich das bewährt, werde ich mir auch entsprechende Matten für die Stirnseiten zuschneiden, damit ich hier jeweils das ganz einfach zustecken kann. Und dann sollte das eigentlich genug geschützt sein. Man kann es sehr, sehr einfach gießen, gerade am Anfang, wenn noch kein Insektenschutzvlies drauf ist. Und dann kann das Ganze sehr, sehr gut als Grundlage für das Insektenschutzvlies genutzt werden. Was haltet ihr denn von der Idee? Ist das praktikabel oder macht ihr es ganz anders? Seid ihr da ganz pragmatisch unterwegs? Schützt ihr überhaupt? Müsst ihr bei euch schützen? Ich muss es auf jeden Fall. Sonst sind spätestens in der Woche alle Pflanzen weg. Dann haben sie die Tauben geholt oder die Elstern. Und von daher ist es für mich jetzt erst mal eine gute Alternative, eine einfache Alternative. Man könnte jetzt noch Kunststoffnetze aufbringen oder irgendwas Ähnliches oder Konstruktionen bauen. Aber ich denke mal, wenn das hier hält, könnte das was werden. So, natürlich das Gießen nicht vergessen. Ich mache das jetzt an der Stelle mal noch ein bisschen großflächiger. Der Boden ist ja noch relativ feucht. Von daher sollte das genügen. So, ich mache das jetzt hier an der Stelle noch fertig. Ich hoffe, dass das Ganze was bringt. Also das hier taugt auf jeden Fall was. Besonders das mit dem Hasendraht. Kann ich nur empfehlen. Jeder, der irgendwie an Estrichmatten rankommt, im Grunde genommen kriegt man sie in jedem Baumarkt. Kann die sich teilweise vielleicht sogar im Baumarkt schon zurechtschneiden. Oftmals. Oder ich sage mal, ich habe die hier in so einem Drive-In-Baumarkt gekauft. Da durfte ich mir die sogar an Ort und Stelle mit einem Seitenschneider oder einer Kneifzange oder was ihr gerade habt, in halbemeterstücker schon vorteilen, damit sie sich besser transportieren lassen. Und dann kann man sich relativ einfach, sagen wir mal, mit mehreren Handgriffen, sowas hier entsprechend zurechtbiegen. Und gegebenenfalls auch nochmal bespannen mit irgendeinem entsprechenden Material. Wie gesagt, auch von der Flexibilität her, mit Gemüseschutznetz, also Insektenschutznetz, oder auch einem Kälteschutzvlies nochmal versehen. Das kann man schön umschlagen. Oder man kann da links und rechts eine Dachlatte gegenlegen. Dann sitzt das hier schön ordentlich drauf. Ist das eigentlich immer ein sehr, sehr schöner Schutz. An der Stelle wirklich auch gut, dass man sie immer übereinander setzen kann und kann in der Länge variieren. Das ist eine sehr praktische Geschichte. Allerdings muss ich sagen, wenn man sie dann nicht mehr braucht, dann hat sie irgendwo im Garten stehen. Also da braucht man dann auch einen Platz. Ja, genau wie für diese großen Matten eben. Aber die kann man irgendwo glatt an Zaun, an der Wand, in Schuppen, irgendwo in Ecke reinschieben. Und dann stehen sie da. Und die muss man halt irgendwo am Rand deponieren. In der Regel wachsen sie bei uns ein und sind dann erstmal bis in den Herbstrand nicht mehr zu finden. So, damit sind wir wieder am Ende von dem Video angekommen. Es würde mich freuen, wenn der ein oder andere doch wieder den ein oder anderen kleinen Tipp mitnehmen konnte. Vielleicht ist es ja was Neues für euch. Vielleicht können wir es ja gebrauchen. Oder ihr sagt am Ende, nee, was ist ein Quatsch, ich mache das ganz anders. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ihm doch gerne einen Daumen da. Ansonsten sehen wir uns auch hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin verabschiede ich mich und wünsche euch noch einen schönen Rest-Mai und weiterhin viel Spaß beim Gärtnern. Macht's gut! Hier so eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. In diesem Sinne wieder herzlich willkommen bei Holznaturen Garten. Die Tomaten kommen ins Beet. Es ist schon der 20. Juni durch. Juni, klar. In diesem Sinne herzlich willkommen bei Holznaturen Garten. Wir sind, wie gesagt, schon über die Mitte des Mais hindurch. Wir haben schon den 20. Mai. Die Eiszeit, die Eiszeit ist durch. Die, genau. Selbstverständlich habe ich auch wieder ein paar Freilandsorten dabei. Da zählen zum Beispiel die Sonne, die Martina und wer noch? Das ist schon der 20. Mai.